Ja, das habt ihr erkannt. Es ist zwar nicht Original-Clepton, aber man kann die Melodie tatsächlich gleichzeitig mit den Akkorden spielen. Und das zeige ich euch im Acoustic Player 2 2013 im Workshop Eric Clapton Goes Pop. Kauft euch dieses Heft und lernt mit mir zusammen Beispiele von Eric Clapton, der unser Guitar Hero ist in diesem Heft. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Ich sehe euch nicht, aber ihr mich. Ich sehe euch nicht. Ich sehe euch nicht. Ich sehe euch nicht.